Alter, wo spawnt man denn hier? Gallo! Äh, Tierna Dog spawnt man. War nur letzte Runde so unauffällig? Nee, ich schieß nicht. Nee, nee, ich bin das nicht. Ich bin's nicht. Nee, ich hab einmal, ich hab gesagt, ich hab einmal auf Dingens geschossen. Auf... Oh, ich bin Effective! Gallo! Ich bin Traitor! Ich bin Indu! Ich bin mein Spaß-Item. Wir können ja einfach mal offen reden. Wer ist Traitor, wer nicht? Also Tim ist Traitor. Das hat er jetzt gerade schon... Ja, aber da... Ich bin ein netter Traitor. Offen bekundigt. Da hat noch irgendwer gesagt, er ist Traitor. Wer war das? Ihr dürft nicht die Kamera abschießen, er wird getötet. Weil der ist dann auf jeden Fall Traitor. Wow, hier ist eine Bombe. Was machst du da? Was ist das für eine Bombe? Warte, ich schmeiß dir nochmal ein bisschen Monitor her. Und hier die... Ups! Hey, warum... Hey! Warum switcht er einfach... Äh, das ist jedes Mal, wenn... Was denn? Sommer hat die Kamera geteilt. Tötet Sommer. Ach, DB. Das ist ein Bug. Was? Ich geh mal auf den Ausguck hier oben, ne? Oh, oh. Da triffst du? Ne, du sprichst doch wieder. Oh, ich wunscher mit dir. Tätet ihn! Missgeburt! Hä? Oh man, warum hast du ihn denn dann getasert? Weil er die Kamera abgeschlagen hat. Irgendwie finde ich gerade, wenn die Kamera abschlägt. Ach so! Ich wechsle eure Wappen jetzt! Oh! Ich wurde aber angeschossen! Ja, das war Manu! Das war Manu! Tötet Manu! Tötet Manu! Das war Manu! Tötet Manu! Das war Manu! In der Hölle ist eine Traitor-Falle aber... Ja, kommt in die Hölle! Kommt in die Hölle! Ihr Noobs! Hahaha! Wer ist der zweite Traitor? Maudardo vielleicht? Vielleicht der Grock? Wo führt denn das Portal hin? Also ich bin hier oben auf... In die Hölle! Da würde ich nicht hingehen, denn ich töte dich! Also ich seh euch hier in der Kamera, ne? Er muss ja uns töten, nicht wir ihn! Das Ding ist, wer ist der Zweite? Ja, Sergeant Max? Ne, ich bin auf dem Turmium. Ich hab alles im Blick hier, alles gut. Komm, das rechtfertigt das jetzt auch. Aber ich brauche mich, ich muss dich heilen! Was willst du? Pompon! Ich muss mich heilen! Okay! Oh! Also ich bin mir nicht ganz sicher, was hier grad vor sich geht, aber... Ach, Tom, ey! Manu, du kannst gut wieder rauskommen! Das ist jetzt nicht so... Oh, er ist wieder raus! Er ist wieder raus! Oh, er ist draußen! Ach, ich sollte immer meine Waffe ausgerüstet haben! Boah, Alter! Nein, jetzt ist er wieder drin! Oh! Hahaha! Ah, ne! Sorry, Sergeant! Hast du ihn getötet? Ja! Ah, ne! Peter, der Mongo! Ja, ich hab nicht den... Gecheckt, Sano, der schießt von dir oben! Krass, dachte ich nur! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Keine Ahnung! Hey, du hast ihn gar nicht getötet, das war ich ja nicht! Hey, warum hast du mich denn umgebracht? Das warst du nicht! Ich war voll gerade fixiert auf Manu, weißt du... Ich guck mal rein! Und dann ballert da... Tim, guck mal! Guck mal! Wo ist die... Hä? Ah! Oh, tot! Okay, die war noch drin! Die war noch drin! Das wollte ich wissen! Was war das denn? Äh, Bombe in einer Leiche! Dann hast du ein Messer in der Hand, dann musst du eine Leiche anklicken, links klick, und dann ist die Bombe da drin! Oh mein Gott! Ich bin gerade aus der Hölle raus, hab ihn getötet, hab dann die Bombe reingelegt und wieder reingegangen! Und ein Turret aufgestellt! Ich war gerade echt schnell sicher, dass Peter der Traitor ist! Hä? Du warst sicher, hä? Bin der Detektivist? Ich bin aber der Detektiv und hab mich einfach umgenutzt! Ja, Peter hat dafür gesorgt... Peter hat dafür gesorgt, dass Zombie stirbt, dass Sergeant stirbt! Eine gute Detektiv! Die coole Detektiv halt, ne? Ja gut, aber wenn ich sage, wenn die Kamera abhaut, der stirbt und du machst es, dann kann man dich nicht wundern, oder? Detektiv! Okay, Tim! Tim, komm her! Ich bin in der Hölle hier! Warte mal, wie komm ich denn hier raus? Ach so! Bye, Peter! Ich greif, ich greif Tim jetzt an! Oh oh! Okay! Okay! Hä? Okay! Warum wird so Tim angreifen? Weil er ein Detektiv ist! Ich bin Inno, Tim! Ich bin Inno! Kriegt man einen Schaden in der Lava? Ja! Nee! Ich hab sogar einen Beweis, Tim! Ich war gerade zweimal hintereinander Traitor! Ich denke nicht, dass es ein drittes Mal wird! Er ist Traitor, eindeutig! Ja! Oh Gott! Ich bin draußen jetzt hier so! Okay, gelpig glaube ich auf jeden Fall schon mal! Hä? Klingt ein bisschen nach Sarkasmus! Nein! Tim! Guck mal! Ich hab was für dich! Wo bist du? Wo bist du, Tim? Hier! Ich hab was für dich! Hier eine Feuergranate! Geil! Renn rein! Renn rein! Renn rein! Was macht ihr denn da? Oh, warum läuft der nicht da rein? Wer ist da auf den Turm gerade hochgegangen? Ich bin reingegangen, aber ich bin nicht oben! Zombe? Was war das? Wer schießt? Zombe wollte mich töten! Ah! Zombe hätte mich fast getötet! Was machst du da, Peter? Ich hab's gesehen! Ich bin auch gezeugt! Ich geh ja durch! Achso, ich denke, was haust du da weg? Ich hab dich fast getötet, Alter! Ich hab dir gesagt, was da liegt und du läufst dahin! Ich geh meine! Alter, was war das denn für eine Granate hier gerade, ey! Oh! Mongo! Dingens! Ja! Maudado! Der Detective hat gelogen, natürlich! Der Detective würde nie die Wahrheit sagen, wenn ich Traitor wär! Kann man hier alles abbauen, oder was? Nee, nur bestimmte Blöcke! Ich mach hier die Erze! Die geheimen! Ist ja ganz witzig! Ist ja ganz witzig gemacht, so, ne? Oh! Kann man nicht erschrecken, Sergeant, nicht erschrecken! Was machst du da? Ach! Alter Schwede! Oh Mist! Oh! Wo seid ihr denn alle? Hallo! Ich bin im Nähter! Ich versteck mich da gerade! Okay! Warte mal! Maudado und Zombie! Zombie, wo bist du? Was machst du? Wieso? Weshalb? Warum? Ich bin oben bei den ganzen Leichen! Wenig reingrapt! Hallo! Im Himmel! Sehr unverdächtig! Sehr unverdächtig! Wo? Bei welchen Leichen? Oh! Guck mal! Hier liegt richtig weggerapet! Wer ist denn das hier? Okay! Das war der Detective! Zombie, was hast du hier gemacht? Ich bin geflohen! Ich hab Angst! Du hast den Detective umgebaut! Du bist ja Traitor, ne? Ja! Wahrscheinlich! Muss ich ja sein! Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig hier alles! Würde ja ganz gern irgendwas machen hier! Aber ihr seid alle nicht da! Wo seid ihr? Ihr seid bestimmt jetzt da in der Lava! Aber wenn ich da hinkomme, bringt mich bestimmt irgendjemand um! Die ist in der Tat nicht so gut! Wir machen das jetzt so! Wo? Alter, wo? Hallo! Nein! Hä? Wie bist du denn da durchgekommen? Scheiße! Durchgelaufen, Mutter! Hat er erschossen und an seiner Turret vorbei raus! Nein! Nein! Achso! Ich dachte, die Turret kriegt die noch, wenn du rauskommst, ey! Ne, ne! Die brauchen eine Anlaufzeit! Ja, okay, gut! Aber der Gedanke war ganz gut! Ne! Ich hab die Runde gerettet! Ein Hoch auf die Innocence, die alle tot sind! Wie geil, Peter auch einfach hier reingesprungen ist und dann kann man hier die Lava aktivieren! Das ist ganz nett! Hey, ich war das nicht! Ich hab die Lava da aktiviert! Nein, aber ich war nicht in der Lava! Der Peter ist reingesprungen! Der Peter! Kommt man denn von Peter auf Manu? Ja, anscheinend! Klingt ja ziemlich gleich! Ich hab grad In-Ears, also da sowieso nicht! Ja, natürlich! Ach, du benutzt Kopfhörer? In-Ears, immer noch! Ja, aber In-Ears! Ich verstehe nicht, wie man In-Ears ein Headset vorzunehmen! Ich hasse In-Ears! Ach komm, halt die Fresse! Ach komm, Leute! Mordado! Ja, schon wieder! Ich bin In-Ears und du bist wieder! Ja! Ich bin In-Ears wieder! Geh weg! Sommer, geh weg! Geh weg! Geh weg! Alle In-Ears gehen hier hoch! Alle In-Ears gehen hier hoch! Verdammt! Alle In-Ears gehen hier hoch! Alter, ich töte gleich alle, die hier oben sind! Außer Mordado! Warum? Runter! Warum? Alter! Ich schieße gleich in die Füße! Du bist doch gar nicht! Geht! Ihr seid alle willkommen! Ksch! Ksch! Ah! Oh Gott! Mordado, ich hab ein Leben verloren! Oh nein! Heil mich! Hier oben bin ich! Oh mein Gott! Oh ja! Danke! Ja! Du Arschloch! Ja! Oh! Boah, war das schlecht! Alter! Ich hab mich aber oben versteckt! Und der stand einfach hier ganz stumpf drunter! Nein! Du kriegst mich nie! Äh, Zombie, wie hätt ich das schreiben können? Ah! Ich hab's überlebt! Hä? Alter, ich hab's überlebt, Leute! Mordado hat meinen Fall gedämpft! Nice! Hä? Was soll man jetzt nochmal machen? Immer springt er auf mir rum! Ja, geil! Deine Gedärme sind anscheinend gut gefüllt gewesen! Cool! Ja, danke! Was soll nochmal bei Meckes? Wer hat Bock auf Ballern? Hm? Ja! Wer hat Bock reinzuballern? Leute! Hat du reinzuballern? Gewalt! Geil! Von hinten reinballern! Ich bin richtig enttäuscht von dir! Die Idee ernstlich war doch gut! Wer will immer von hinten reinballern? Zombie vielleicht! Debitur schießt auf mich! Warte! Oh! Debitur ist es Debitur! Oh Gott! Ach du bist Detective! Okay! Debitur! 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 Debitur ist down! Achso! Du hast ihn getötet! Untersuch ihn! Debitur ist unten! Der ist Traitor! Traitor! Traitor ist der! Ein Drehtor hat der! Der mal weg! Warum kriegst du keinen Schaden, Sergeant Max? Weil die Turret da unten ballert! Er hat doch Schaden! Hat er? Ja, aber den hat er ja schon davor! Nein, die habe ich eben gerade bekommen! Warum untersuchst du die Leiche, die direkt bei dir liegt nicht? Eine Ahnung! Völlig glaube ich ein bisschen geistig, ich verriete es gerade! Achso, okay! Warte, ich gucke! Ah, ich sehe ihn durch die Wände! Vielleicht kann ich den Turret umballern! Mann! Der hat auch Vorteile, nix installiert zu haben! Kann man die von hier mal außen rum? Ne, kann man nicht, ne? Wer ist Detektiv? Ich bin Detektiv! Okay! Da kommt Quantum hoch! Ja, okay! Wenn Sergeant Max ihn da draußen hat und ich Inno bin, weiß eigentlich, dass er Traitor ist! Ich bin kein Traitor! Nein! Quantum muss Traitor sein und Inno bin! Was ist denn das für eine Logik? Kannst du das nochmal begründen? Nur weil du das jetzt in Frage stellst! Kannst du das irgendwie verdächtig? Ich bin Inno und du bleibst... Ach Gott! Alter, was geht denn bei euch ab da oben? Na einfach auf mich zu schießen! Sergeant Max! Das war Notwehr! Das war Notwehr! Quantum, was ist los? Was ist los, Quantum? Töte Quantum! Töte ihn! Was soll ich machen? Töte ihn! Alter! Ich treff ihn nicht! Oh, geht doch! Okay, er ist tot! Ja, alter! Ah! Einfach nicht getroffen! Ich dachte, ich kann Zombie One hiten, aber ich habe irgendwie drei gebraucht! Oh man! Niemand konnte ihn mit der Stun Gun treffen! Komm, Sergeant! Komm, schieß! Aber warte, 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 hier! An der Kante! So, so! Peter, du hast das Spiel noch nicht verstanden! Oh, ich habe die Brille auf! Ist immer, wenn du jemanden umbringen willst, geht es nicht mit einem Schuss! Hallo! Aber dann, wenn du gegen die Leute, die du kämpfst, die töten dich dann mit einem Schuss! Boah! Stimmt! Gut! Ich habe Menschen getötet! Hast du mal in der Schule im Theaterkurs besucht oder so? Was? Es wurde auf mich geschossen! Was soll ich machen? Das war nur Notwehr! In meinem Herzen... Nur Notwehr! In deinem Herzen warst du keinen Fehler! Der hat mich angeschossen! Ich töte alle anderen! Okay, die Map wird gleich grundlegend anders aussehen für euch! Einer wollte mich von vorne und einer von hinten! Warum? Wegen dem Feuer! Das soll schon was heißen! Ich habe überall Feuer gemacht! Überall! Ich habe Feuer gemacht! Oh, oh, oh! Wunder hat man nicht mal angefangen und Quantum rennt vor mir weg! Hallo! Wer ist das hier? Ihr seid alles Psychos! Oh, ja! Noch mehr! Oh, geil! Lass uns mal hier hochgehen! Komm! Okay, ich komm mit! Pass auf! Es ist glatt! Pass auf! Es ist glatt! Pass auf! Oh Gott! Jetzt rutsch da nicht aus! Hat er geschossen oben? Was? Hat er geschossen oben? Hat er geschossen? Kann man gehen mal hoch? Das sind alles Granaten, die ich in den Werf! Oh nein! Hilfe! Hey! Hey! Ich habe zwei erwischt mit der Granate! Okay! Tötet Zombie! Nein! Ich bin freundlich! Ich habe meine Granaten die Straße runtergerollt! Da kann nicht jemand was dafür, wenn die reinlaufen in die Granate! Wieso hörst du nicht auf deine Freunde? Ja! Tötet Zombie! Wenn noch ein Inno da ist, bitte töten! Danke! Hallo! Ich bin Inno! Hä? Die ganze Runde hat sie einfach geklärt! Wer war denn noch Traitor? Ich war noch Traitor! Ich habe meinen Mit-Traitor einfach mit die Straße weggesprengt! Ich hatte hier keine Action! Es war ja nicht geplant, dass ihr sterbt! Wir sollten mal wegfliegen! Also einer schon! Verdader! Komm! Wir springen jetzt in den Volt! Nein! Ich bin der Erste! Stopp mich! First! First! Nee, ich war der Erste! Nein, ich! Hier unten stehen vier VS-Kassetten! Habt ihr das schon gesehen! 180er! Manu! Manu! Wir gehen jetzt hier! Warte! Ich bin menschlich von dir enttäuscht! Du warst einfach viel zu langsam eben! Viel zu langsam! Ich habe doch überhaupt nichts gemacht! Ja, das war ja das Problem! Du bist ein Nix-Macher! Ja! Du bist ein Nix-Macher! Ein Nix-Könner! Das hat Mama damals schon gesagt! Ein Nix-Macher bist du! Der Mama war aber nicht so schlau, oder? Nee!